Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quiz-Video auf meinem Kanal und heute gibt es das Juli-Quiz von Quiz-Duell. Ja und jetzt lassen wir also den Juli so ein bisschen Revue passieren und mal schauen was im Juli alles so passiert ist. Unter anderem auf jeden Fall der Hitze-Rekord von 42,6 Grad war da, aber was sonst noch alles war, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf die Fragen. Definitiv. Los geht es mit der ersten. Egan Bernal ist der erste Radrennfahrer seines Landes, der die Tour de France gewann. Aus welchem Land kommt der 22-Jährige? Das ist ganz klar Kolumbien. Also habe ich tatsächlich in den Nachrichten auch mitbekommen. Tatsächlich. Der Eichenprozessionsspinner befällt der Zerzahlheiche Bäume. Zu welcher Ordnung im Tierheich gehört er? Käfer vielleicht? Nein, Schmetterlinge. Weiter geht es. Die erst bemannte Mondlandung feierte im Juli ihren 50. Geburtstag. Wie hieß die Mission? Apollo 11. Das ist korrekt. Und somit ja immerhin zwei richtige Antworten in der ersten Runde. Mal schauen, wie es weitergeht in Runde 2. Jetzt gibt es also die zweite Runde in diesem Quiz. Wer wird im November EU-Kommissionspräsidentin? Das ist Ursula von der Leyen. Habe ich auch in den Nachrichten mitbekommen. 93% sagten das, also wussten fast alle. Wie heißt die Meerenge im Nahen Osten, in der es derzeit zu politischen Machtspielen kommt? Straße von Hormus ist das. Eine Antwort Straße von Hummelsam, auch 2% genommen. Aber auch das habe ich irgendwo gehört, glaube ich, auch in den Nachrichten. Welche eigentlich 2012 beendete TV-Sein bekommt neue Folgen? Da kenne ich mich nicht aus, deshalb raten. Wäre einfach mal als wäre Gossip Girl gewesen. Ja, auch eine 102-Hichtige geht auf jeden Fall auch in Ordnung. Jetzt kann also auch schon die dritte Runde starten. Vier Hichtige in den ersten zwei Hunden ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Anhaltende Proteste in Hongkong richten sich gegen ein vorgeschlagenes Gesetz. Worum geht es in diesem? Um die Auslieferung? Ich glaube, an China, glaube ich. Aber so genau habe ich das auch nicht mitbekommen. Nur, dass es um irgendeine Auslieferung da geht. Keine Ahnung. Wie heißt der Weltschwimmverband, der momentan für seinen Umgang mit Dopingverdachtsfällen kritisiert, wird? FINA, das ist richtig, aber das war ja Harten. Weil UEFA ist natürlich der europäische Fußballverband. Und die anderen zwei, ja, habe ich einfach irgendwie ausgeschlossen. Keine Ahnung warum. Aber immerhin ja auch hier schon der Zweihrichtige. Welches Bundesministerium leitet Anerkennung Kambauer seit Mitte Juli? Ist es nicht Verteidigung? Ja, ist Verteidigung sogar. Runde drei, perfekt gelaufen. Alle Fragen richtig. Weiter geht es jetzt mit Runde vier. In diesem Quiz. Und ich habe schon sieben richtige, also neun Fragen. Das ist wirklich eine ziemlich gute Leistung. Ich hoffe, es bleibt so. Mal schauen. Der erste Teil, welcher Buchserie wurde im Juli 65 Jahre alt? Das kann alles sein. Ich gehe mal her da hin und das ist richtig. Ich wusste auch 56 Prozent, aber das hätte jede Antwort sein können. War auch mehr Glück als Verstand hier wieder. Im Juli vor 100 Jahren wurden die sogenannten Reichsfarben in der Weimarer Republik festgelegt. Welche Farben waren dies? Schwarz-Roch-Gold natürlich, ja. Ja, die deutschen Farben halt. Carola Rakette stand im Juli vermehrt in den Schlagzeilen. Welchen Beruf geht die 31-jährige Deutsche nach? Kapitänin? Stimmt, da war irgendwas mit Flüchtlingsrettungsaktion, da irgendwas. Das war anscheinend die Kapitänin, okay. Wurde angesprochen wurde. Also auch hier wieder in 104. Alle Fragen richtig. Also bisher liegt mir dieses Quiz wirklich ziemlich gut. Und jetzt kommen wir zum letzten Drittel in diesem Juli-Quiz. 10 zu 12 bin ich hinten in Team Deutschland, aber Team Deutschland kann man nicht mit mir vergleichen. Mit Team Deutschland wird einfach die Maske genommen eine Antwort gegeben. Und die ist meistens auch richtig, weil wirklich gute Mitspieler dabei sind von Team Deutschland, ganz klar. Welches Musical kam im Juli in Form einer Live-Action-Verfilmung in die Kinos? König der Löwen? Ja, auch wieder mal richtig. Hört man aktuell ziemlich viel von König der Löwen, deshalb habe ich das genommen. Boris Johnson ist neuer Chef der konservativen Partei, das steht Party, okay, in Großbritannien. Wie wird die Partei umgangssprachlich genannt? Lieber Hals, nein, Toreas. Ja, auch hier mal eine falsche Antwort, aber ist nicht so schlimm. Aber auch man reicht ja viel an der Frage. Also da muss man doch dann ein bisschen besser aufpassen, dass sowas da nicht passiert. Welche App aus Russland steht aktuell wegen ihrer Datenschutzerklärung in der Kritik? FaceApp natürlich, ganz klar. WhatsApp gibt es, KickApp gibt es gar nicht. Es gibt KickTipp oder Kicker, aber keine KickApp, habe ich noch nie gehört. PickApp gibt es auch nicht, habe ich auch noch nie gehört. Also ich glaube von den Apps, wo hier aufgeführt wird, gibt es plus FaceApp und WhatsApp. Sobald auch hier zwei Fragen, richtig in 105. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten 112. Richtige habe ich schon. Mal schauen, ob das noch mehr richtige Antworten werden. Etwa zwei Millionen Menschen sind laut eines wie halben Facebook-Events dann interessiert, am 20. September eine Einrichtung zu stimmen. Welche? Das ist die Area 51 in der USA. Ja, das ist ein riesengroßes militärisches Sperrgebiet. Habe ich auch ein Video dazu gesehen auf YouTube, ganz klar. Ich sage jetzt nicht, welches es war, aber da gibt es schon ein paar. Bin auf jeden Fall gespannt, ob die das wirklich machen werden. Das sind jetzt schon einige. Und ja, jetzt muss ich schnell was zippen, aber da ist richtig. Nice, auf jeden Fall. Und ja, das ist hier die Frage mit dem Temperaturrekord, ganz am Ende. In welchem deutschen Bundesland wurde im Juli ein neuer Hitze-Rekord von 42,6 krach gemessen? Das war in Niedersachsen. Und somit auch hier, letzte Hunde, alles richtig. Tatsächlich habe ich insgesamt 15 Fragen richtig beantwortet. Das ist, glaube ich, das beste Ergebnis, das ich hier je hatte auf Quiz-Duell. Vor allem in einem Monats-Quiz. Auf jeden Fall ist es im Monats-Quiz das beste Ergebnis. Aber ich glaube, auch so in einem Einzelspiel habe ich nie mehr als 15 Richtige gehabt. Auf jeden Fall starke Leistung von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und somit war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.